Musik 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 Okay Erstmal sollen wir zum Wald Hast du dir einen bestimmten Baum ausgesucht? Oder kann ich einfach diesen Baum hier anklicken? Musik Samples Musik 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 Okay, da muss er erstmal Proben nehmen. Da sollte er es machen. Musik Musik Ja, ich finde das gut Jonas. Ich finde das gut. Nice. Klar, alle anfänglichen sind immer schwer. Musik Und gut ist es halt, wenn du wirklich Leute hast, mit denen du zocken kannst, ne? Also, teambasierend. Weil dann wächst man gemeinsam. Okay. Also, wir müssen erstmal Proben besorgen, damit wir irgendwas lernen können. Kann ich auch irgendwo gucken. Oha. Das ist aber groß. Das sind schon mal die Elektrikteile. Crystal Mining, okay. Hm. Hm. Okay, also da kommt ja auch schon was auf uns zu. Was, Biome? Biome? Okay, da kommen wir auf jeden Fall zum Kristall... ...Mining. Ups. Glaube nicht, dass wir das schon dürfen. Drilling 2. Okay, so researchen wir auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Düm-Düm. Yes, jetzt dürfen wir. Noch eine Drohne bauen. Brauchen mehr. Ja, das kommt aber immer alles mit der Zeit, gerade bei Rocket League. Bei manchen geht's schneller, bei manchen nicht so schnell. Building Slap Production. Oh, wir brauchen Strom für das Ding hier. Dann zeigen wir mal, was wir jetzt neu... Ah, cool. So ist direkt verbunden. Jo, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir hieraus verarbeiten können. Also, ihr merkt schon, das ist alles so, ne? Faktorio-ähnlich. Das ist mal eine Spur Platz. Ja. What? Nein, 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 hör auf! Nein, 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 nein. Jetzt hat er das gebaut. Äh, ja, Bau ab. Schneller! Okay, das Problem haben wir auch schon mal beseitigt. Ist auch schon mal sehr toll. Ähm, wir haben noch nicht voll den Strom hier. Es geht halt nur nicht so einfach von der Hand wie Faktorio, ne? Aber muss ich halt auch ein bisschen einzocken, würde ich sagen. Tarsus, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie ist es dir? Äh, Tarsus, das Game... Ja, ja, doch. Ich finde es jetzt schon gut. Sag mal, wir können doch nicht sammeln. Ich mache generell solche Spiele, ne? So, warum blinkst du? Production. Digga, haben wir das hier für... Wow, okay. Aber es hat schon mal... Wir machen es mal nach oben. Halt's. Boah, bestimmt auch Strom, oder? Also, noch schreit's nicht. Aber ist auch noch nicht fertig gebaut. Ja, ja, genau, Tarsus. Genau in die Richtung geht's. Das Geile an dem Game ist... Wir haben zwar hier einen Planeten, aber es gibt noch andere. Also, man kann irgendwann auch... Ich weiß nicht, ob es dann... In der Kampagne... Schritt 2 ist, den nächsten Planeten zu besiedeln. Schritt 3... Ne, wir machen ja... Den ersten Planeten gerade mit einem Tutorial. Was mich ziemlich nervt. Aber okay. Man muss ja auch erstmal hier reinkommen, ne? Ja. Also, ich bin auch gespannt, was da alles kommt. Warum gibst du mir vor, das hier hin zu platzieren? Ich kann das selber. Ja. 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 Select New. Crystal haben wir noch gar nicht, ne? Achso, ja klar, da weiß ich doch, komm. Okay, passt auf. Jetzt dürfen wir schon mal ein bisschen mehr machen. Oh. Okay, okay, das war das Zeichen. Ich habe mich jetzt schon gewundert, weil ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Ja, packen wir in die Box. Wir haben nur keine Ahnung, wie viel da reinpasst. Aber das werden wir ja noch sehen. Also hier haben wir jetzt genau 200 drin. Noch mal einen zweiten Container dahin. Okay. Okay. Ich bin bestimmt gerade da hingebaut, ne? Ja, also ich bin mal gespannt, Tarsus. Also es hört sich schon mal sehr geil an, was das geben kann. Und es ist relativ günstig, ne? Also für 10 Euro bei Steam zu kriegen. So, das sollten wir hier unten auch mal machen. Komm, mit Copy können wir direkt dahinter setzen. Das ist hier ein Schussturm, ne, oder? Wir können es upgraden, okay. Okay. Komm hiermit auch. Ach, hier können wir jetzt abrechnen, das ist schon mal gut. Okay, den Rest müssen wir erstmal rausfinden. Electronic Parts haben wir aber noch nicht. Okay. Okay, das will er uns noch nicht machen lassen. So, das ist schon erstmal. Im Untergrund, okay. Und einen Splitter haben wir, okay. Okay, Wände können wir noch nicht. Auch nicht. Oh, guck mal da, Alex, Bender Level 2. Wären ja dann die Roten. Ja, finde ich auch Tarsus, finde ich auch. Das sieht echt gut aus, oder? Drohnen können wir nicht. Try Speed Level 1. Try Speed Level 1. Wir können nichts mehr, warum? Da waren wir gerade. Tja. Power Grid. Ja gut, weil der hier nicht arbeitet, will er wahrscheinlich... Ach, du arbeitest ja auch gar nicht, ne? So, wo haben wir denn den Splitter? Fuel Generator. Oh, Meteorien gefallen. Oh, Meteorien gefallen. Repair Your Buildings. Machen wir das doch mal. Bringt aber immerhin was mit, ne? Also, zwar nichts Schönes, aber vielleicht was Brauchbares, ne? Was, Alex? G. Mischen Erfolg habe ich verpasst bei mir. Ja, wie baue ich denn jetzt? Wenn ich hier nicht alles zu bastle. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020